Schau Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Ihr seht es im Hintergrund, heute suchen wir einen Rank, aber heute bin ich nicht alleine. Heute sind einmal so die ersten Clan-Memmern mit dabei und zwar einmal King, Colin, Codex und Wavey. Was geht, Jungs? Moin. Was geht? Freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Und es gibt natürlich auch noch viel mehr im Clan, aber Leute, das sind jetzt erstmal gerade die, die gerade Zeit haben. Die anderen sind nämlich noch im Rank und ich wollte das jetzt gerne schnell aufnehmen. Deswegen und ja, Freunde, ich weise hier aber nochmal ganz kurz darauf hin, denn eigentlich sind von 15 Teilnehmern nur 7 gekommen. Ja, keine Ahnung warum. Deswegen, Freunde, steigt natürlich für dich, jetzt steigt die Chance natürlich nochmal in den Clan zu kommen, falls du natürlich darauf Bock hast. Deswegen unten in der Videobeschreibung ist nochmal das Bewerbungsformular, falls du dich noch gar nicht beworben hast. Und ja, wir werden, also ich und Nico werden dann nochmal die ganzen Bewerbungen durchgehen. Und ja, ich habe immer noch keinen Clan für das, äh, ich habe immer noch keinen Clan-Namen, aber den werdet ihr auf jeden Fall die nächsten Tage bekommen. Äh, ich habe schon ein paar Ideen, ich werde dann nachher nochmal und morgen mich nochmal so hinsetzen mit den Jungs und dann werden wir auf jeden Fall nochmal uns, äh, auf einen Clan einigen. Und, äh, ja, okay, dann würde ich sagen, Leute, wenn euch natürlich das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Jetzt geht's in die erste Runde. Let's go! So, let's go. Erste Round. Jetzt werden die hier erstmal 4-0-Klatsche hoffentlich, Alter. Das wäre ja schon, äh, das wäre ja schon ein Killer auf jeden Fall. Bannert. Oh, da ist ein Dings. Okay. Ich sehe jetzt noch keinen. Hm. So. Schau, komm, 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 komm. Oh, hier ist einer, close. Lol. Briefing room, briefing. Einer ist hier close. Wait, what? Ah, ja, der ist... Warte, ich mach, warte auf, du pusht ihn, okay? Beat ihn. Ja, mach. Oh, der ist ja schon close, Digga. Hab beat? Das ist eine Ella mit Shotgun, lol. Warum spielt man eine Ella mit Shotgun? Oh. Einer war clocking room, caught up. Jäger down. Wo ist die Ella vielleicht von rechts kommen, ja? Bandit ist noch im Briefing room. Hätte ich beide das gleiche? Ja, ich guck hinten. Genau da, Blaze, im rechten Raum, da hinten. Oh, ja. Nach Bandit. Ja, Legion auch. Hm. Also, wenn der jetzt einfach um die Ecke prefeiernd kommt und mir wieder 300 Headshots die Sekunde gibt. Ella ist hier. Ich weiß nicht, ob die die Ella-Minen verteilt hat. Soviel drin, warte vor dir. Ella ist in Games. Um Peng? Ja, ich höre sie. Ich höre sie. Ich bin halt One-Shot von dir, ne? Du hast Flashes, du hast Flashes. Push dich zu suchen. Hä, warum explodiert das nicht? Warum explodiert die? Hab die. Sorry für den Clear. Digga, warum, warum, ding ist das so? Also, warum, ja, jetzt ist hier eine Ella-Mine. Wow, Digga. Sind halt wieder Ultra-Zeit weg. Also, der Lesion. Ich weiß nicht, ob ihr den Damage gemacht habt. Ja, Lesion Traps. Lesion ist vor uns. Ja, ich kann drohen. Einer habe ich noch. Hier sind drei Lesion Traps. Eins, zwei. Egal, warte. Ja, Bro. Digga, der ist Meister der Lesion Traps, Digga. Ich höre. Na, ist Digga. Ja, also, wenn ich, wenn ich noch zwei reinlaufe, dann bin ich RIP. Ja, wo war die andere hier? Ne, war noch einer. Hä, wo hat er die hingeschmissen? Ja. Ja. Wird der, der Lesion hier auch pre-firend sein, ne? Weiß nicht, ob er damit rechnet. Was? Achso, okay, okay, okay. Ich habe schon gedacht, als ob der nicht stirbt, Digga. Wo ist dein Capcan? Er ist, glaube ich, da in dem Hole. Ich weiß es nicht. Er hat noch eine Drohne. Ja, ich habe noch eine Drohne. Gott, ich habe nicht mehr verstanden. Da ist er. Er hat einen Hit. Er hat einen Hit. Er hat einen Push und so viel. Oh, Läuft. Im Barthel. Scheiße, das ist ein Lerwina. Push mit der anderen. Bust, bust. Ja. Ah, schade. Nice try, nice try. Trotzdem stark gespielt. Och, Mann, Alter. So, let's go. Nächste Runde. Warte mal, geht der Bug immer noch hier auf der Erde? Ich habe gehört, das wird rausgepatcht. Dieser Speedbus hier. Der soll anscheinend rausgepatcht werden. Ja, ja. Egal. Er kann es nicht mehr machen, aber im Moment. Die letzten zwei Tage. Dropshot'n auf TTS. Echt? Ja, Dropshot'n geht wie so. Ja, das geht wie so. D, egal. Femburg Storm, was du da an mir? Du hast Jungen, wie einer? Ich meinst das jemand? Okay, keinem. Das ist keiner. Ich glaube Doms, ich glaube Doms. Guck gerade. Zählt da keinen. Verschlohne. Einer ist Construction Tower. Lesion Chaps wurden ausgelöst. Einer hat Onside-B. Einer Onside-B. Hinter der Bombe. Hinter der B-Bombe. Vielleicht kann den irgendeiner bekommen. Bei mir hinten ist jemand im Dormitore vorbei. Einer ist auf jeden Fall safe hinter der B-Bombe. Die warten Kortjahrt. Diffuser Kortjahrt. Einer ist auf jeden Fall. Vielleicht. Einer ist doch hier. Demnach wird reset noch. Ja. Redlock ist immer nach Conjunction Tower. Eine Hallway? Einer ist immer nach die Dörren. Oh mein Gott. Einer ist nach Conjunction Tower. Low. Einer ist ja low. 50 AP, 50 AP. Dann der Grisloaker. Nee, der ist unten. Maverick down Ja da war die Gridlock Ne Gridlock und Buck glaube ich Nice chill Wen hast du gekillt? Barfreak? Rechts in der Door Oh Es tut mir so leid Peek nicht Jetzt habe ich dieses friendly Hey warum habe ich das friendly Ding nicht Weil ich es ausgemacht habe Achso Wie heißt der Room Dormitory Einer ist bei Autoros Bedroom Oh nein Die haben eine Twitchrunde gehackt Wurde gespottet Warum kann ich die Dings da nicht zerschießen Ach hier seid das hier Klaus rechts Da ist mal die Musik aus Ja Schmockt in Nordau Hinten ist ein Geschmack RELOADING Das ist nicht meine Das ist nicht meine Ab den Jäger Junge er verschwendet jetzt schon seine ganzen Gasbehältnisse Ich komm von ihm Jäger was macht der Jäger kannst du nicht einen checken Ja Schmockt 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 Ich werde die ganze Zeit gespottet Digger Wo haben die diese Scheiß Weltkriegcam Ne das ist die Mossei Drohne Hab sie Das war Mosse Nice Das fällt da bis zu 0 Oh digger als ob ich ihn nicht geholt habe man Der Jäger hat aber noch voll viele Leben glaube ich Small Towers Ich fahr mal kurz rein Ja Mossei Mossei hat nen Hit Immer noch Dorns Mossei hat noch nen Hit Kleiner Turnier Wo ist der Kanzi Mossei hat noch nen Hit Jungs ich hab Mossei 30 HP gezogen Entschuldigung Was ist da Da war auch noch der Jäger Jaja Ich wusste aber nicht genau wo Jäger ist Ich hab's nicht gesehen Ich hab aus Versehen geskippt wieviel Leben er hat Ich spiel's gecrashed Deins Teste Leben Komm Wavy du bist Klatschmaster Also Bruder da Ganze Zeit crashs nicht Jetzt in der Aufnahme Direkt gecrashen Oh ja der Dings ist low Denk ich mal Der Jäger sollte low sein Also wenn du ihn sehen solltest Pass auf der kann sich unten links durch das Drohnen holen Das ist mir nämlich schon ganz oft passiert Oh lol Hast die nicht gegeben Ah da lieg ich alter Bist du dich Na schade Ich überleg grad wo ich noch mein zweites Eleby hin machen Äh mein drittes Eleby hin machen könnte Denkmal für B-Dor Echt mitnehmen? Ja weil du kannst halt wenn die dich halt anschießen Dann sind die richtig unter Druck und so Dann kannst du eins hinwerfen Ja ok dann kannst du sie beten Naja 500er IQ wär das dann Ja Ja Das ist immer noch ein Titel So Ey mein spiel liegt Ich glaub ich spiel Warte halt Ich hör auf jeden Fall die schon auf dem Dach die ganze Zeit Ja die kommen schon rein schichern Small Tower Ja Small Tower Small Tower hau ich ein Ich hab aus Versehen das Jäger hat den kaputt gemacht Korrekt Die pushen schon die pushen Ich weiß nicht wie der mich geholt hat Jekyll Half Life Small Tower Hm Die holen wir Jungs entspunt Ah fuck ein Track Links Digga er wusste direkt wo ich bin Er wusste direkt wo ich bin ich stehe dahinter Ja Ja wo trackt ihr das Böse Ah renn 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 Das war kein Free Fire von ihm Das war kein Free Fire von ihm Das war kein Free Fire von ihm Okay Da ist die Die kommen von Dings Von hier kommen die auf ping Und da picken die Das von da wollen die kommen Kann ich sagen Da versuchen die gerade zu kommen Ja Ansonsten B Hallway ist clear Einfach chill Auf A ist A Hallway Ich weiß nicht ob einer Inside A ist Wird die ganze Zeit gedrohnt Digga Junge Fucken die mich ab mit ihren Drohnen Ja die sind hier mal von der Inside A ist glaube ich einer Ich weiß es nicht ganz Vorne kommt Gridlock bei der A-Door Toni da wo du gerade hingehennt hast Hier ist jemand close Ja Die ist da ja links Schön Schön Digga Pass auf Bandit Bandit die kommt gleich Na warte ich stelle da noch eins hin Ach das preiselt sich nicht aus weil es zu wenig Platz hat Bidget so fair aimt auf die stairs Geh nicht hoch Welches stairs? Ich hab dich schon gepusht Junge warum geht das nicht das scheiße? Habt ihr gut vier Schön Einer A-Door Hey plant n plant n plant n plant n Gut job Schön Well chill Nice 204 Ach so ist schon zu Ende Let's go Digga 2-2 Ne weil da noch 2 Weil da noch 3 1 stand Digga Ich hab nur da hingeguckt Ich hab nirgends woanders hingeguckt War voll fokussiert noch Let's go Digga wie viel Drohnen hier liegen Ihr seid ja so am Tryhard mit den Drohnen saven Aber das ist ja ganz normal Digga Digga das ist wichtig Alles für die Ich glaub ich weiß nicht ob hier einer rausfällt Ich hab hier grad was gehört Hier Oh Ich hab hier grad krank was gehört Hä? Sind die Die sind da Ja ich hör ich Doch hier unten ist einer Ein Witzstück glaub ich Also hier Ach die sind ja auch unten Ab Bruh Völlig lost Digga Völlig lost man Ich hab aber hier oben eine Drohne Also hol ich die mal kurz runter So Ich wusste gar nicht dass die Haben die die Verteidigung gewonnen eigentlich? Ja Guck'n wir mal Freunde Nice Digga Beste Leben Ich mach keine Steps Junge ich rasg gleich aus alter Mein Gott Guck mal eben hier rein ob hier was ist Ist aber glaub ich keiner oder? Ne Guck unter uns Kann rein Ich hätte die Twitchzone mitnehmen sollen Hat den Puls? Puls der hier Hölle Ich muss näher hin Einer Hallway oder Upstairs gleich Ich muss drunter Hier ist noch ein Büschel Warte hier ist einer close bei mir Nein warte ich komm's da hin Also im Hallway halt ne Ich guck mal kurz Gern Glaub ich hin Jaja da ist er Mozi Mozi Pink Ne 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 nicht der Er ist hier in dem kleinen Raum jetzt Da ist er Auf Pink Er kommt hinter mir Das hoffne der kann da vielleicht schon stehen Guck da auf den Eingang Mozi Cam dann wird er vielleicht aufmerksam Also da steht da Da ist er auf jeden Fall drin Der ist da gerade reingelaufen Das war ein Widgel Glaube ich Hans muss smoken hier rechts Der ist jetzt nicht mehr da Digga oder was? Doch Oh mein Gott Schön Hast du ihn geneift? Digga Komplett Ero Hops genommen Digga Der kann direkt mal einpacken Wieder der Kollege Okay Oh nein Was ist rein? Warte ich drohlen kurz rein Warte Äh Hier ist Legion Ich markier kurz Da ist Legion Das Legion Letzter Mehr Plan Letzter A-Bomb Letzter A-Bomb A? Ja Dann müsste der A-Bomb Vielleicht kommt er da rausgesprungen ne Kann auch sein Da kommt Maybe Court Ja Weiß es nicht Weiß es nicht Wir haben auch keine Kerstin Ne die ist hinter uns Die ist hinter uns Die ist nicht im Raum In-Room Komm wavey Gehen 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 Bei irgendeiner hat er gesagt Die ist in-Room Tschöne Digga Ja die ist rumrotiert Lul Die ist schon ein halbes Jahr tot Digga Und springt dann erst auf so Jetzt guck mal Jetzt guck mal eben Guck mal Die springt jetzt erst auf Digga Ich hab gar keinen Barbed Wire mehr Digga Ich frag mich die ganze Zeit Warum hab ich keinen Barbed Wire mehr Schon beide verbraucht Wusste ich gar nicht Digga So let's go Nächste Runde Hoffentlich letzte Runde Wär auf jeden Fall Killer Wenn wir jetzt das ganze Ding hier zumachen könnten Ich hör hinter mir was Hier Jungs hier hör euch was Hier In dem Hallway da Hör euch was Ganz kurz ruhig bitte Das ist die Banner Die Banner hat einen Hit Also die Banner hat auf jeden Fall einen Hit Die ist hier im Hallway Wir haben noch eine Kev Und einer ist noch hier Bar from so Bar from Hospital Ich weiß nicht wie der Raum heißt Scheiße Einer ist bei mir ruhig Gibt's einer im Hallway Einer ist im Hallway Sieht grad nicht gut aus Schön Zwei sind hier im Hallway Jekyll ist richtig Lowlife Was? Junge wie kann er mich da holen? Wahrscheinlich hab ich ihn nur Hälfte Leben gedrückt Du hast 800 Millionen Liter Blut geflossen Alter Ja Äh Twitch ist Vorkaftach hier Oh Jekylltrak Wies Ich bin Jekylltrak Komm Kommt hin Kommt zuerst hoch Wenn du das jetzt noch holst Wenn du das jetzt noch holst Digga Oh der ist da Nöhn Nöhn Such die noch zu holen Digga Vielleicht schaffst das Durch Bruder Wir haben ja natürlich alle Augen auf dich ne Weil die jetzt wissen, wer du bist Rechts Rechts Also ich hab rechts einen gehört auf jeden Fall So Freunde Overtime Let's go Wir können das jetzt zumachen Der Auf jeden Fall unlucky die letzte Runde Dass wir da so hart auf die Fresse bekommen haben nochmal Einer unten, einer rushed von unten nach oben Entschuldigung hier Ich bin voll von unten Jäger Bei mir hier auf Stairs Ach man Warum kann er da schon so früh sein Junge Da ist ja Usain Bolt sein Sohn alter Wahrscheinlich ist er da so schnell Schön Jungs Pass auf Bandit Da ist noch einer Eine Ash im Hallway Irgendwo Digga Bei mir? Oben oder unten Ja also die ist halt die Stairs hochgerannt ne Ach das noch einer am Dormitory hallway IQ Jo Hab die Ash Tja die steht da immer noch Die steht immer noch auf den Stairs Die hat nach einer Minute nicht gecheckt sich zu bewegen Beste Leben Digga Vigi du musst äh Geandere Stairs hochgehen Ich hier auch Sei smart IQ Westens Kannst du da hinten holen Hm Unmittel Kommt einer wieder runter Genau bei dir ist IQ da hinten Keiner ist Unsaid Ja Jungs Warte Junge wie ist der nicht gestorben Ich hab keine Ahnung Digga Bitte Waffe 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 Wann dann bin ich Wir sind schon richtig verliebt da drin in die Stairs Lass mal hier gucken Mö put Waffe War auch keiner Well Aber es sind auf jeden Fall zwei im hallway glaube ich also wo ich meine Droni abgestellt habe Also da gesaved habe waren das zwei im hallway Ja, da ist eine Weltkrieg, ich pushe die von hinten, warte. Die guckt nämlich auf euch. Oh, jetzt ist sie abgehauen. Och, Mann. Ja, die war bei Ash und Maverick. Bei euch beiden. Keine Ahnung, ob die Dings runtergelaufen ist. Ich guck kurz. Die sind in Dormitory. Ja? Ja, die sind in Dormitory. Guck kurz. Ich seh hier keinen. Oder die ist halt wirklich komplett abgehauen. Ruhnen vor mich nur rück. Ich hätt grad die Stärze, ich glaub, die kommt wieder. Hier gibt eine Legion-Trip, manchmal kurz weg. Ich hör jemanden close. Weggemacht. So. Machst du mal die Waffe wechseln. Kurz mal Drohne anmachen. Oh, die ist unten an den Stärz. Older Stärz. Stärz, einer? Ich bin on-site. Echt? Oh, fuck, Antoine. Die Vakery ist courtyard. Aber on-site war free. Ist sie low? Ist sie auch keine? Ne. Ist es in der Hallway? Über, über on-site, der ist. Warte. Willkrieg ist courtyard bei der Dormitory. Ja, courtyard immer noch. Hä? Ach man, ich hab da rechts einen Sound gehört. Der steht hinter dem Pferd da. Wie kann ich mich von da, wie kann ich mich von da treffen? Liga, es wird einfach wirklich ein Filmkampf. Doch, du aimst da ab, Merrick. Nein. Nein, ist da. Links von dir, Ying. Du hast ihn gesehen gerade. Du hast ihn dir angeguckt. Gibt's ja erstmal 300 Desion Traps auf Ehre. Ja, ich hab keine Augen mehr. Unter euch ist er. Der ist unter euch. Irgend, irgendwann. Ja, flash ihn. Der ist nicht geflasht. Der ist nicht flasht. Der ist direkt close. Alter, chill, chill, chill. Das close links. Hä? Doch nicht mehr. Links jetzt. Da. Ich hab's ihn gesehen. Ich hab's ihn gesehen. Bis dahin kommt. Tschüss. Jetzt macht das Ding durch. Ihr habt noch 30 Sekunden. Ihr müsst jetzt zusammen hochroschen. Irgendwas müsst ihr machen. Oh, wie? Pass auf. Links sind zwei Lesers. Links sind auf den Boden. Links sind auf den Boden. Zieh. Oh Gott. Zieh schnell raus. Na, schade. Schade, Digga. So Jungs, 4-4. Wir holen das jetzt auf jeden Fall. Das Problem ist halt, dass wir, äh, also die Jungs sind seit ersten paar Stunden da. Und wir haben halt natürlich noch keine Taktiken. Und wir kennen uns halt noch nicht so gut als Team und so. Und deswegen, äh, ja. Also wenn wir uns besser einspielen, dann geht das auf jeden Fall anders aus. Aber die Gegner sind auch schon ziemliche Brecher, muss ich sagen. Digga, der hat 12 Kills, der rastet richtig aus. Hattung hier, Widow. Deswegen, also Freunde, nicht, äh, ihr könnt denken, was ihr wollt, aber so schlecht sind wir eigentlich nicht. Nur halt, wir sind halt noch nicht eingespielt und so, deswegen. Also zusammen eingespielt und haben noch keine Taktiken und ähnliches. Deswegen. Deswegen, deswegen, Freunde. Ich glaube, die kommen hier wieder im Hallway bei mir auf Ping. Ja, da sind die gerade gedroppt. Einer ist links an der Seite da gedroppt, wieder von dem Hedge. Die werden da jetzt wahrscheinlich gleich wieder durchkommen. Wenn du einen Anblick hast, piek nicht ins und wieder. No, wieder twitched ohne, Digga. Warum, dißt man mich? Hat doch gar keinen Sinn. Ich kann mich doch sowieso healen. So, jetzt kann ich auch peaken, weil ich jetzt overhealed hab. Er heißt overpeaked. Er hat halt wirklich overpeaked, Digga. Let's go. Wollt ihr sledge? Oder, catch up. War der am Door oder war der schon inside? Er ist nach rechts gelaufen, glaube ich. Dann helfe ich kurz, Digga. Er ist jetzt hier bei mir. Er will Granate schmeißen. Packt der beiden in eine Door. Oh, hey Mike. Er ist rein, er ist rein, Jungs. Bin super lowlife. Hab den, sledge. Schön. 18 AP, Digga. Ich muss komplett hinten rumlaufen. Ja, zwei gegen vier, Jungs. Let's go. Nein, das war der. Außer nein. Was? Hab ich geprevet? Was? Wo? Gib mal Info. Er ist bei mir, bei mir, bei mir. Linke Seite, Blaze. Und rechte Seite. Alles klar, Digga. Das können wir nicht tun. Alles klar, Digga. Geh weg. Lion ist 2 AP und Twitch ist auch 2 AP. Obwohl die Twitches 51 leben, so ungefähr. Wo war's, Twitch? Onside, Onside, Onside A. Ja, die sollte schon, also geradeaus durch sollte die sein. Onside A ist die. Okay, ruhig. Onping, onping. Guck mal, auch kurz die Camps. Ich seh die hier gar nicht. Ah. Kurz ruhig, bitte. So. Hinter dem Schrank. Ja, close rechts. Sollte sie sein. Also Lion ist halt super low, ne? Bis geradeaus durch bin. Links ist einer. Onping, onping. Let's go. Boah, wie gesagt, Leute, wir sind ja noch nicht aufeinander eingespielt. Und wir spielen noch nicht lange. Erst ein paar Stunden. Deswegen. Aber es war trotzdem ganz okay, Freunde. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben. Da wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Und Peace. Peace.